so liebe leute herzlich willkommen zu einer weiteren ausgabe sniper ghost warrior 3 ich bin der fangehmer du fliegst jetzt nicht runter scheiße naja wurscht wir sind jetzt hier in einer bergregion und zwar in einem dorf ich möchte euch nämlich zeigen was wir jetzt hier machen werden das ist gut genau ich weiß schon sorry leute fail so kann ich am leichtesten ausdrücken den big boss hier wollen wir ausschalten und zwar habe ich es schon mal probiert bevor mir das spiel abgeschmiert ist und ich werde es jetzt hier quasi noch mal machen muss scheiße so wollte ich das nicht machen da drüben befindet sich nämlich noch ein posten der probleme machen könnte hier so den wollte ich zuerst ausschalten eigentlich eigentlich da ist der habere den zu killen gilt so ich habe mir auch bei der drohne ein upgrade gegönnt dass sie weiter fliegen kann wie ihr seht das ist blöd hier kann man ihn auch rauf das ist halt die frage ob er mich sieht oder nicht schaut dabei aber eher gut aus so mit dem habe ich nämlich meinen liebe not gehabt letztes mal denn da hat ein schuss nicht gereicht und der total alarm ausgelöst doch das hat man jetzt hier gelöst und man ist wieder gut dabei oh Gott sei Dank, haben sie das nicht gemerkt? Sie haben jetzt beide kurz und schmerzlos gut ausgeschaltet. So, in welchem Hause ist der Haberett? Ein bisschen Anspannung ist natürlich da. Oh, da steht er! Oh, da steht er! Oh, da bewegt sich! Oh, das wäre perfekt! Wenn du dich jetzt blicken lässt! Ah, Arschloch! Vielleicht hat man hier oben eine bessere Schussposition jetzt! Nein! Gut! Man geht da runter! Oh, da steht er! Oh, da steht er! So, man möchte natürlich jetzt nicht gesehen werden! Und ich sehe den Haberer nicht! Oh! Warum zur Hölle fragst du mich? Soll ich dir noch helfen, deinen Kreisart abzurüsten? Verstände mich meine verdammte Kreise, bevor du hier den gottsverfluchter Entscheidung trifft! Ende! Oh! Oh, da stinkt knapp da jetzt! Ja, schon so wohl am Ende! Ich bin jetzt nach Hause Oh, das wollte ich nicht. Das wollte ich jetzt nicht. Kleiner Fail. Da muss man wieder raufklettern. Da muss ich irgendwo drin sein. Oh, die sind da oben jetzt. Bist du da oben? Wer hat mich da jetzt gesehen? Ich sollte ein Buch mitnehmen. Hier draußen ist es scheiß langweilig. Mir passiert nie was. Oh. Scheiße. Das war der Boss? Was ist das? Echt? Der Boss? Der Boss ist dead. Jetzt muss ich da nur noch entkommen. Oh. 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 Begrenzung nach Suche! So, er der ist in der Über. Oh! Tyckel! Oh, shit. Keine Munition mehr, das ist mir auch noch nicht passiert bei der Waffe. Ja, ich glaube, wir werden einfach den Weg dann nehmen. Feuer einstellen, Ziel ist weg. Begrenzung absuchen. So, wir werden Beweis suchen. Dass der Boss wirklich hinüber ist. Okay. Da haben wir die meistgesuchten. So, da ist er. Hinüber. Wisst ihr was, Leute? Ich werde jetzt spawnen einfach. Ich werde wieder alles auffrischen. Das soll aber nicht euer Problem sein. Ihr habt jetzt die Mission gesehen. Zwar nicht perfekt, aber doch durchgeführt, ohne dabei drauf zu gehen. Feind ausmachen und neutralisieren. Sind noch immer hinter mir. Ja, egal. Als nächstes werdet ihr dann eine Hauptmission sehen. Aber das kommt nächstes Mal. Ich bin der Fallengehmer. Macht das gut. Bis dann. Und ciao. Ciao.